Hallo Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer Runde, oder Runden, ein paar Runden Black Ops 2. Jo, ich werde heute eine Stunde, glaube ich, am Stück aufnehmen, ungefähr. Ja, ich werde verschiedene Spielmodi halt austesten, je nachdem und so. So, aber erstmal gehen wir auf Online, ja, ich bin damit einverstanden. Öffentlich, Suche, Standmarkt. Und wir fangen natürlich mit den Klassiker unter den ganzen Spielen an, also den Spielmodis. Wir spielen erstmal Team Deathmatch. Ja, in der Zeit, wo der Lidt, kann ich ja mal einen Schluck Kaffee mir gönnen. Ich bin gerade vom Lehrgang nach Hause gekommen und habe mich gleich hier davor gesetzt. Hammerhart. Und ich weiß noch nicht, wie lange die Runden ungefähr werden, deswegen wollen wir mal schauen. Ja, und an alle Fragen, falls das Single Let's Play von Minecraft jetzt längere Zeit nicht kommen sollte, das liegt daran, dass das Savegame... So gesehen... Alter, nee, so kann ich nicht spielen. Dass das Savegame mir abhandengekommen ist, sagen wir es so, ich habe es neu gemacht und bla bla bla, das dauert mir zu lange. Und ja, entweder müssen wir es mal komplett neu anfangen in der 179, also die aktuellste Version, die es gibt von Minecraft. Oh, nee, ist ja schon die 1710. Auf jeden Fall, das wäre dann... Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit wäre... Das könnte aber dauern. So, und ja, da wäre die Map alles jetzt weg, dann, ähm... Die Shader wären nicht da, die sind ja für 179 noch nicht verfügbar, wie es aussieht. Und all sowas. Oder halt die neue Mapper stellen. So, aber jetzt erstmal eine andere Frage. Wartet mal. Ich gucke gerade auf dem zweiten Bildschirm was, wieso das so leckt. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Ganz sneaky. Wieso messer ich eigentlich nie? So. Jetzt stand ich aber auf dem Schlauch, sag ich euch Gehört er jetzt zu uns, oder nicht? Aber wie die alle vorgesprungen kommen, wenn die Messern wollen, weißt du? Das kotzt doch alles an Der hat zwar jetzt nicht gemessert, aber Trotzdem Komm, du willst es Alter Heute ist nicht mein Tag Der feindliche Drohne nähert sich Der feindliche Drohne Der feindliche Drohne Der feindliche Drohne ich brauche irgendeine Klasse das ist mal eine positive ich habe E gedrückt weißt du und ja ich habe Messern auf E nein 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 verpiss dich göttlich haftend noch er kämpft wird bestraft aber wer dumm durch die Ecke schaut der hat jetzt nicht mit Zielsuche gespielt oder äh er ist heimliche Vorräte unterwegs griffst mich eh nicht hmmm hmmm mal aus Lust und Laune wollen wir auch mal campen oder ich werde ich werde jetzt von hinten gekillt oder ich werde von vorne gekillt weil ich zu inkompetent bin überhaupt zu schießen um laute bau Nun es ist scheiße ich bin zu langsam So also wir spielen jetzt zwei runden team deathmatch Dann spielen wir zwei runden was danach kommt halt wenn es möglich ist Dort Wird dann halt so in zehn minuten parts ungefähr gecattet Schnelles magazin das hört sich gut an Klaschen editor was brauche ich denn Führer Stimmt ich werde es bestimmt nacheinander also Kommt die raus schnelles magazin Scheiße stimmt das geht So Er hat es aber die einzige warfe muss ich dazu geben Wo ich mit Visier spiel Das gebe ich ganz ehrlich zu dass es wirklich die einzigste warfe wo ich mit visier spiel